Sie finden das auch von mir, dass sie nicht mehr abgefahren sind. Ich weiß auch nicht, wenn er vorbeifährt, und er winzt, dann grüßt er. Ich war mir gerne wieder verheiratet und habe mich entschieden, weil ich auch nicht gesagt habe, ich habe mich immer das schweißen oder das oder das, oder beim Blut oder beim Bad wurscht. Und da war ich immer da. Und deswegen heißt er nicht grüßen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber das ist so, dass sie nicht mehr abgefahren sind. Ich weiß nicht, dass sie nicht mehr abgefahren sind. Ich weiß nicht, dass sie nicht mehr abgefahren sind. Aber ich weiß nicht, der Opa hat ja irgendwie schon ... Der Opa war überhaupt, glaube ich, durch eine ganze Schwester da einzeln. Und das war der Omi ja eigentlich, was er mitgekommen hat. Das Silveste, die bringt ja auch. Und was der Fließ war, der hat ja schnell geschaffen, und die waren die gut. Und die was macht, aber wo ist ein anderer? Sind sie nicht sicher. Und wenn man dort hängt, mir werden ich schon mit dem Gefreiß gehabt mit ihnen. Sonst sagen wir mal, ob wir das mal herbeizt und gehen. Ich bin für die Kamera, oder was?